so hallo freunde ich bin jetzt wieder draußen ich bin ich komme von kamel von meinem neffen von ich habe meine usb speicher von ihm gekauft und so jetzt jetzt kann ich wieder sehr schöne videos drehen und ich freue mich auch auf heute haben übrigens ich grüße dich meine lieber und ja und ich finde das übrigens richtig super das was du machst das mit dem live streams zum beispiel dass du mir helfen willst zum beispiel dass du mir hilfst dass ich dass ich mehr abonnenten bekommen auf youtube und ich finde das auch sehr in ordnung von mir dass du wie es ist dass du so welche fortnight game abo gegen abo spiele macht und nein ich meine nicht spiele sondern wer ist es streams macht clips hochladest auf youtube ich finde ich finde das definitiv richtig super das was du machst und wie du das machst also du bist auf ehre junge und ich finde das auch voll super von dir dass dass du mich dabei unterstützt dass mich die leute beziehungsweise dass mich die abos dass mich seine abo abonnenten auch mich abonnieren das finde ich richtig super und ja soll ich da kaufen oder ich bin mir ein getränk drauf einen cola aber ich weiß nicht von wo so und ich war die letzten paar tage war ich zu hause ich war gar nicht draußen oder so mein bruder war bei uns bei mir zu besuch für eine woche für drei bis nein für vier bis fünf tage und er fand mich sowie richtig psycho und das und ich habe mich natürlich auch kaputt gelassen sein sein jüngster sohn der mein neffe mein lieblingsniff der hat dann wäre der voll das coole lachen hier mit das irgendwie nach scheiße und so weiter er stinkt hier voll so und hier das ist ein gymnasium hier hinter mir das ist ja ein türkisches gymnasium fernlis es ist das irgendwas mit wirtschaft oder sowas aber ich weiß nicht was was das auf deutsch heißt das weiß ich gar nicht so und und davon ist eine scheiße ich hätte den doch nehmen aber zu frühst laufen ist auch so ich habe natürlich habe ich meine kopfhörer dran aber ich würde keine musik denn ich werde mir gleich hiervon aktoren eine dose cola kaufen und auch trinken so und ich werde jetzt ab heute werde ich natürlich ganz noch andere videos machen beziehungsweise auch bzw auch noch andere noch ganz andere videos drehen so gut er dennis so wer soll gesagt hat noch sehr viel nein dies arschloch kommt gar nicht in meinem videoclip aber gut ach so und das was ich noch sagen wollte hier mein neffe der kamil der kümmert sich um mobile telefon und um festnetz überall hier in der türkei allgemein kann der sich um alles kümmern um alles kümmern sei es handys oder sei es handy handy irgendwas oder sowas er kümmert sich um alles also mit ihm seid ihr auf der sicheren seite durch ihn bekommt ihr keine probleme ich meine ich möchte hier in euch nichts verkaufen oder sowas aber ich sag euch ja nur dass ihr euch bei bei telefonischen problemen an ihn wenden könnt und das und das hier alles von über über und dass ihr ihn über mich kennengelernt habt das könnt ihr alles machen so mit dieser frau will ich will ich gar nicht zu hause sitzen deswegen bin ich jetzt draußen und hier sein Ich kann jetzt noch freizügiger meine Videos aufnehmen und alles andere auch machen. Mit den Videos hier ist ein Friseurladen dann da vorne es gibt ungefähr hier bei uns acht oder neun Friseurläden ganz allein bei uns hier im Dorf Hausen. So und noch ein bisschen gehen ein 200 Meter noch und dann bin ich schon bei aktoren und ich werde hier eine Dose Cola erstmal kaufen und die werde ich dann ganz genüsslich trinken. Und ich weiß nicht, Turut habe ich dich eigentlich heute schon begrüßt, ich weiß es nicht, aber Turut, ich grüße dich jetzt einmal. Den Turut natürlich aus meinem YouTube Channel, der folgt mir, der ist auch, das ist auch ein Abonnent von mir. Achso, da. So. 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 So Freunde. Ich werde jetzt gleich noch ein Video drehen. Ich sag jetzt schon mal, abonniert meinen Kanal für weitere Videos und, äh, und aktiviert bitte auch die Glocke, damit ihr alle, ähm, von meinen Videos, äh, äh, Bescheid bekommt, so, und tschüsschen, küsschen, bis nachher, tschüsschen, küsschen, abonniert meinen Kanal und aktiviert bitte die Glocke.